...160, sobald er auf dem Balken saß. Ja, das Interessante ist, dass der jetzt wieder weniger wird, eigentlich während des Flugs. Und dann, wenn er quasi wieder in der Luft ist und hier schon wieder landet, war natürlich nicht ganz so weit. Aber man sieht ja, dass die sportliche Leistung vorher ja gar nicht da war. Also das ist wirklich eine reine Vorstellungskraft. Und mit dieser reinen Vorstellungskraft musst du deinen Punkt hoch, weil du natürlich dann immer nervöser wirst. Jetzt musst du gleich diese Schanze runterspringen, wie wird's werden.